Die Magie der Formel 1 auf Schienen? In einer Achterbahn Rennfahrerträume wahr werden lassen? Den Schub von 900 PS in eine Magnetschiene packen? Genau das! Diesen Start vergisst man nicht mehr. In zwei Sekunden geht es von 0 auf 70. Ein fantastischer Kick. Die Abschussrampe für den X-Car Lounge ist nur 20 Meter lang. Doch das gibt genug Schwung für eine atemlose Fahrt. Ein Höhepunkt jagt den anderen. Der Formel X-Parcours ist ein Flug über die Schienen. Und beim Rennfahren ist eine Runde nie genug. Eine Rennbahn im Familienpark. Maurer Sönes einzigartige Kombination von Einzelwagen und Launchtechnik macht's möglich. Das wendige Maurer X-Car erlaubt kompakte und dynamische Bahnlayouts. Perfekte Schienenführer. Keine Schläge, kein Reißen, sondern Geschwindigkeit und Genuss pur. Auch bei Überkopffiguren hält der bequeme Hüftbügel sicher im Sitz und gibt maximale Bewegungsfreiheit. Im preisgekollten X-Car werden die Bahnhighlights intensiver erlebbar. Und es passen mehr Attraktionen auf begrenzte Fläche. Selbst bei Höhenlimits wie hier im Drieflet Park in Den Haag. Looping, Inmelmann, Cuban 8, Camelback und Corkscrew? Kein Problem, dank Launchtechnik. Doch wo wir andere Launchsysteme ein halbes Kraftwerk brauchen, das schafft Maurer Söhne mit der Anschlussleistung einer ganz normalen Bahn. Kompakt und praktisch wartungsfrei. Das Prinzip, gepulste Elektromagnete in dieser Schiene treiben Permanentmagnete am Wagen an. Und wie? Das Ergebnis, ein einzigartiges Fahrerlebnis. Die perfekte Verbindung von Schwebezustand und Formel 1 Dynamik.